Hier ist allein der Salat-Cuffee, Vorspeisen-Cuffee, das ist halt echt grandios. Das ist halt auch viel besser wie in anderen Hotels, da gibt es hier halt wirklich alles. Wenn ich euch jetzt zeige, dass es 13 plus 3, 16 verschiedene Salat-Soßen gibt, das glaubt mir keiner. Es sind wirklich 16 verschiedene Salat-Soßen. Alles, was das Herz begehrt, von Hit über Vorspeisen, einfach grandios.